Ja, das ist unsere erste Single von 1992. Ein paar von euch waren da schon auf der Welt. Ich auch nicht. Nein, ist in Ordnung. Wir haben hier auch noch dabei. Wir haben noch so ein paar Restbestände in Italien aufgekauft und haut uns einfach nachher an. Also wir haben hier keinen Merchandise-Stand oder sowas. Wir sind keine kommerzielle Band. Wir verkaufen und wir verschenken. Wir machen das wie St. Martin. Ihr schenkt uns 5 Euro und dafür schenken wir euch die Single. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Waspere! Musik Musik